Sie hören The Maid. Ein Zimmermädchen ermittelt. Von Nita Prose. Aus dem Englischen von Alice Jakubait. Gelesen von Anna Thalbach. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Ich bin Ihr Zimmermädchen. Ich bin die, die Ihr Hotelzimmer reinigt, die wie ein Phantom hereinkommt, während Sie sich draußen amüsieren, ohne jeden Gedanken an das, was Sie hinterlassen haben, das Durcheinander oder was ich womöglich sehe, wenn Sie nicht hier sind. Ich bin die, die Ihren Papierkorb leert und die Quittungen wegwirft, die niemand finden soll. Ich bin die, die Ihr Bett frisch bezieht, die sieht, ob Sie darin geschlafen haben und ob Sie heute Nacht allein waren oder nicht. Ich bin die, die Ihre Schuhe ordentlich neben die Tür stellt, Ihre Kissen aufschüttelt und einzelne Haare darauf findet. Ihre? Unwahrscheinlich. Ich bin die, die hinter Ihnen sauber macht, nachdem Sie zu viel getrunken und den Toilettensitz beschmutzt haben oder Schlimmeres. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, ist Ihr Zimmer makellos. Ihr Bett ist akkurat gemacht, so, als hätte niemand darin gelegen, die vier Kissen aufgeschüttelt. Der Staub und der Schmutz, den Sie hinterlassen haben, sind spurlos weggesaugt. Im frisch geputzten Spiegel blickt Ihnen Ihre Unschuldsmine entgegen. Es ist, als wären Sie nie hier gewesen, als wären Ihr ganzer Schmutz, all Ihre Lügen und Täuschungen ausgelöscht. Ich bin Ihr Zimmermädchen. Ich weiß so viel über Sie. Aber wenn es darauf ankommt, was wissen Sie schon über mich? Montag. Mir ist durchaus bewusst, dass mein Name lächerlich ist. Bevor ich vor vier Jahren diese Arbeit annahm, war er das nicht. Ich heiße Molly und bin im Regency Grand Hotel Zimmermädchen. Auf Englisch made. Alle denken an Molly made, die bekannte Reinigungsfirma. Ein Witz. Bevor ich diese Stelle antrat, war Molly einfach ein Name, mir von meiner mir fremden Mutter gegeben, die mich vor so langer Zeit verließ, dass ich keine Erinnerung an sie habe. Nur ein paar Fotos und die Geschichten, die Gran, meine Oma, mir erzählt hat. Gran sagte, meine Mutter habe Molly als Namen für ein Mädchen hübsch gefunden, weil man dabei an apfelrote Wangen und Zöpfe denkt, was ich zufällig beides nicht habe. Mein Haar ist schlicht und schwarz und zu einem ordentlichen geraden Bob geschnitten. Ich scheitele das Haar in der Mitte, genau in der Mitte, und kämme es glatt und gerade. Schlicht und akkurat. So ist es mir am liebsten. Ich habe spitze Wangenknochen und eine helle Haut, die manche Leute bewundern. Warum, weiß ich nicht. Ich bin so weiß wie die Betten, die ich den ganzen Tag lang mache oder frisch beziehe, mache oder frisch beziehe, in den gut 20 Zimmern, die ich in Ordnung bringe für die geschätzten Gäste des Regency Grand, ein Fünf-Sterne-Boutique-Hotel, das sich kultivierter Eleganz und einer Etikette, die der heutigen Zeit entspricht, rühmt. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich einmal eine so vornehme Stellung in einem prächtigen Hotel innehaben würde. Andere sehen das nicht so. Sie halten ein Zimmermädchen für eine unbedeutende Person, die nicht zählt, das weiß ich. Wir sollten alle danach streben, Ärzte und Rechtsanwälte und reiche Immobilienmagnate zu werden. Aber nicht ich. Ich bin so dankbar für meine Arbeitsstelle, dass ich mich jeden Tag kneife, wirklich. Besonders jetzt ohne Gran. Ohne sie ist zu Hause nicht mehr zu Hause. Es kommt mir vor, als wäre alle Farbe aus unserer Wohnung gesickert. Aber sobald ich das Regency Grand betrete, wird die Welt technikolor bunt. Wenn ich die Hand auf das glänzende Messinggeländer lege und die schalaroten Stufen zum majestätischen Vorbau des Hotels hinaufsteige, bin ich Dorothy, die nach Ost kommt. Ich gehe durch die gläserne Drehtür, in der sich mein wahres Ich spiegelt. An meinem dunklen Haar und der blassen Haut hat sich nichts geändert. Aber jetzt kehrt eine gesunde Röte auf meine Wangen zurück. Meine Daseinsberechtigung ist wiederhergestellt. Drin bleibe ich oft erst einmal stehen, um die prachtvolle Lobby zu betrachten. Sie verliert nie ihren Glanz, wird nie matt oder staubig, nie stumpf oder trist. Die Lobby ist Gott sei Dank immer gleich Tag für Tag.